Hey Freunde, kannst du den schönen Boss? Kannst du wieder meine Freunde? Synergy nimmt das Angebot von Bösemann an, sie kämpfen, Mann. Hey Bösemann, geht's auch ab nach Dubai? Oder musst du noch die Regale im Rewe aufräumen? Spaß Bösemann, alles gut, Mann. Macht mal schön euren Kampf, der Boss wird auch dabei sein. Und sich die Show angucken, ob der Bösemann nicht nur hart ist, sogar auch hart kämpft. Werden wir dann sehen, Mann. Also ich wette 3 zu 1 für Synergy gegen Bösemann. Aber in der letzten Zeit hast du ein bisschen enttäuscht, Mann. Die Sachen mit Ego, wo du auch nicht so suchst, du suchst sie oder hast sie nicht gefunden, Mann. Ist wie das Überraschungseil, wenn man das Spielzeug nicht zusammenkriegt. Manchmal kompliziert, Mann. Aber wir werden sehen in Dubai, wie es da abgeht, Mann. 100k schmecken gut, in the cash. For my Nash, yeah. Okay, meine Freunde, jetzt warst du wieder von Nullern, Boss. Aber gleich nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.